Frösterchen, wo ist Annika? Da kriegen wir sie nie raus. Aiden! Was ist passiert? Annika! Sie wurde verschüttet. Annika! Annika, könnt ihr mich hören? Annika! Ich hätte euch niemals allein lassen dürfen. Sie ist so kalt. Wir sind schon fast da. Was ist das für ein Gebäude? Hier war ich früher zu Hause. Ist sie schon aufgewacht? Nein. Sie sagt kein Wort. Bitte wacht auf. Bitte. Aiden! Ja, Annika! Das ist fast Sonnenuntergang. Noch? Vorsicht! Ich mache das, was dascht. Vielen Dank.